Der Belag muss heiss rauskommen, damit du ihn verdichten und glattwalzen kannst. Zum Teil bist du schnell am Schaufeln, am Gas gegeben, ich weiss nicht was, es ist heiss, du bist am Schwitzen, aber alle haben genau das Gleiche und wenn du in einer Gruppe bist, wo du schon merkst, ich habe es gut mit ihnen, das schweißt normal alles zusammen. Da fährst du nicht zu rennen oder so, jetzt wird es mir zu heiss oder so. Du weisst, jeder hat genau das Gleiche, wenn nicht sogar nur drüber. Das ist das Gleiche.